Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein paar Scratching Sounds für dich, die ich alleine mit zwei Zahnstochern mache. Ich hoffe, du kannst dich dabei sehr gut entspannen. Ich hoffe, du kannst dich dabei sein. 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 Ich wünsche dir noch einen entspannenden Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannenden Tag. Gute Nacht.